Ich habe hier eine Produktempfehlung bezüglich der Gesichtsreinigung und zwar das Thermo Peeling von Avon Anew mit Vitamin C. Das ist eine 75ml Tube und die ist sehr ergiebig, wie ich finde. Und das Thermo Peeling hilft gleich zweifach deiner Haut. Dank des Wärmeeffekts werden deine Poren geöffnet, damit das Peeling deiner Haut problemlos in der Tiefe reinigen kann. Und zusätzlich pusht das Vitamin C deiner Haut, damit sie strahlend schön und rein wirkt. Das ist für jeden Hauttypen geeignet. Exfoliert die Haut und ich wende das Thermo Peeling einmal die Woche an. Die normale Anwendung wäre, dass du das Peeling auf deiner Haut aufträgst, schön verteilst und dann Wasser dazu gibst. Das heißt, du machst deine Finger einfach unter dem Wasserhahn nass und dann gehst du nochmal mit den Fingern drüber und reinigst das ganze Gesicht. Und diese Verbindung erzeugt dann diesen wohlig warmen Wärmeeffekt. Ich mache es allerdings so, dass ich erstmal mein Gesicht benetze mit Wasser. Dann trage ich das Peeling auf und verteile es sanft in kreisenden Bewegungen über mein ganzes Gesicht. Und man merkt sofort diesen tollen Wärmeeffekt. Gerade jetzt zu der Winterzeit ist es wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Dann lasse ich es circa eine Minute einwirken und nehme das Ganze dann mit Wasser wieder ab. Das heißt also, ich benetze meine Hände wieder mit Wasser und wasche ganz normal mein Gesicht über dem Waschbecken. Was ich danach noch zusätzlich mache, ist, dass ich nochmal mein Gesicht mit einem normalen Waschgel wasche. Denn auch wenn man das Peeling abgewaschen hat, hat man immer noch das Gefühl, dass man ein Produkt auf dem Gesicht hat. Und der tolle Effekt ist tatsächlich, dass man diese glatte Haut sofort danach spürt. Danach trage ich ganz normal mein Serum auf und die Tagespflege. Und der tolle Effekt ist tatsächlich, dass man direkt nach dem Peeling diese glatte Haut spürt. Die Haut ist wirklich glatter geworden. Man streicht mit den Händen drüber und es fühlt sich richtig toll an.